Die Sauzheringe sind da, die Sahnenheringe, hast du das? Was ich im Video nicht gezeigt habe, ist, dass ich die wenigstens zwölf Stunden gewässert habe. Nur zur Information. Weil, ähm, der Jut tut hier nicht, ähm, keine Bilder an von mir, nur Filme, ne? Hier sehen wir mal hier, wie lecker. Also wirklich, ich probiere jetzt mal. Komm mal. Mmh, lecker. Lecker. Mmh. Okay, ne wisst ihr Bescheid, ne?